Ich möchte Ihnen heute die neuesten Innovationen der fränkischen Rohrwerke im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung vorstellen. Wir haben den neuen Profi Air Classic Luftdurchlass Plus, erhältlich in den Dimensionen 75 und 90, sowie in einer kurzen und langen Version neu in unser Portfolio aufgenommen. Der Profi Air Classic Luftdurchlass Plus zeichnet sich auf den ersten Blick durch seine stabile und solide Bauweise aus. Wir haben sehr große Auflageflächen an den Ober- und Unterseiten, sowie an der Rückseite des Produktes angebracht. Mit den flexibel verstellbaren Winkeln links und rechts an dem Produkt lässt sich der Luftdurchlass sehr einfach und leicht am Baukörper montieren. Der Luftdurchlass Plus wird serienmäßig von Werk aus mit zwei Luftauslassstopfen versehen. Einmal im DN-125-Abgang und einmal im Rohranschlussstopfen, der jeweils in der Dimension 75 oder 90 ausgestattet wird. Der DN-125-Stopfen dient einerseits zur Stabilisierung des Luftauslasses, zur anderen Seite verhindert er, dass unnötig Schmutz in den Luftauslass eingetragen wird, wie zum Beispiel beim Ableckvorgang passieren kann. Der Rohranschlussstopfen in DN-75 bzw. 90 ist das Highlight unserer neuen Entwicklung. Hier haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Stopfen strömungsoptimiert designt wurde. Das bedeutet für unser Produkt, das somit einzigartig auf dem Markt ist, wir haben keine Luftverwirbelungen, dementsprechend auch geringe Widerstände im Luftauslass und wir haben keine Totstellen in unserem Luftauslass.